Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich hoffe, Sie sind alle mit neuer Schaffenskraft und neuer Energie zurückgekehrt aus der nachmittäglich doch sehr üppig angesetzten Rekreationsphase durch meine hochverehrte Kollegin Vizepräsidentin. Ich hoffe, dass wir jetzt dafür umso rascher die Tagesordnung bearbeiten können. Noch eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt worden ist zu Tagesordnungspunkt 36 ein Änderungsantrag der Fraktion der Freien Demokraten zu dem Antrag der Fraktion der SPD betreffend Abschluss eines Staatsvertrags mit der alevitischen Gemeinde Deutschlands, Drucksache 20-275. Das stimmt alles, Herr Kollege Dr. Wilken. Ich würde jetzt den Tagesordnungspunkt 41 aufrufen, das ist der Antrag der Fraktion DIE LINKE 20-389. Mietenwahnsinn stoppen. Mietendeckel einführen. Mieterinnen und Mieter rücksam vor Verdrängung schützen. Vereinbarte Redezeit ist zehn Minuten. Als Erster zu Wort gemeldet hat sich der Kollege Schalauske von der Fraktion DIE LINKE. Lieber Herr Kollege, Sie haben das Wort für zehn Minuten. Herr Präsident, meine Damen und Herren, werte Gäste auf der Besuchertribüne! Die Ausdehnung der modernen großen Städte gibt in Gewissen, besonders in den zentral gelegenen Strichen derselben, dem Grund und Boden einen künstlichen, oft kolossal steigenden Wert. Die darauf errichteten Gebäude, statt diesen Wert zu erhöhen, drücken ihn vielmehr herab, weil sie den veränderten Verhältnissen nicht mehr entsprechen. Man reißt sie nieder und ersetzt sie durch andere. Das Resultat ist, dass die Arbeiter vom Mittelpunkt der Städte an den Umkreis gedrängt, dass Arbeiter und überhaupt kleinere Wohnungen selten und teuer werden und oft gar nicht zu haben sind. Denn unter diesen Verhältnissen wird die Bauindustrie, der teurere Wohnungen ein weit besseres Spekulationsfeld bieten, immer nur ausnahmweise Arbeiterwohnungen bauen. Meine Damen und Herren, diese Zeilen schrieb kein Geringerer als Friedrich Engels 1872 in seiner Schrift zur Wohnungsfrage. Mögen Ihnen manche Begrifflichkeiten veraltet erscheinen, die Probleme, die Friedrich Engels benennt, sind erschreckend aktuell. Aber man kann auch andere Zeugen ins Feld führen. Der Kölner Kardinal Rainer Woelki brachte das Thema in seiner Weihnachtspredigt 2017 zur Sprache. Mehr und mehr Menschen können sich Wohnen in unserem an sich so wohlhabenden Land nicht mehr leisten, weil Wohnungen nicht selten ausschließlich zu Renditeobjekten geworden sind und so preiswerter bezahlbarer Wohnraum fehlt. Das ist zynisch und im Letzten sogar menschenverachtend, so Kardinal Woelki. Oder das hier in Hessen gut bekannte Mitglied im DGB-Bundesvorstand Steffen Körzel, der fragt, wie soll denn ein Gemeinwesen, wie soll eine Stadt funktionieren, wenn Durchschnittsverdiener wie eine Krankenschwester, eine Polizistin, ein Feuerwehrmann, ein Busfahrer, ein Mann der Müllabfuhr, es sich nicht mehr leisten können, dort zu wohnen, wo ihre Arbeitsstelle liegt. Wie man es auch dreht und wenden will, die hier im Haus so oft hochgelobten Prinzipien, Markt, Wettbewerb, Privatinvestitionen, waren schon im 19. Jahrhundert nicht in der Lage, die Wohnungsfrage zu lösen. Sie sind es heute, im Zeitalter eines entfesselten Finanzkapitalismus, weniger denn je. Die Folgen dieser Politik, das sind Mietenwahnsinn und Verdrängung, wohnen ist im 21. Jahrhundert wieder zu einer der drängendsten sozialen Fragen geworden. Nun ist es aber nicht so, dass der Gesetzgeber, auch dieser Hessische Landtag, dieser Entwicklung hilflos zusehen muss. Vielmehr verpflichtet uns das Sozialstaatsprinzip des Grundgesetzes, Art. 14 in Verbindung mit Art. 28, sowie die sozialstaatlichen und in Teilen sozialistischen Zielbestimmungen unserer Landesverfassung, Art. 27 bis 47, verpflichten uns eigentlich im Sinne einer Gemeinwohlorientierung, Maßnahmen zu ergreifen, um eine soziale Wohnraumversorgung mit gesetzgeberischen Maßnahmen und mit einer Stärkung des öffentlichen Eigentums durchzusetzen. Dafür gibt es eine Reihe von Konzepten und Forderungen. Der soziale Wohnungsbau in öffentlicher Hand, kommunale, landeseigene Wohnungsbaugesellschaften, Genossenschaften müssen gestärkt, der soziale Wohnungsbau ausgeweitet werden. Das Prinzip einmal Sozialbindung, immer Sozialbindung wartet noch immer, darauf realisiert zu werden. Aber angesichts dieses drängenden Problems haben wir wenig Zeit. Selbst wenn im Neubau jetzt überwiegend bezahlbarer, sozial gebundener Wohnraum errichtet werden würde, im Moment werden ja nur Luxuseigentumswohnungen gebaut, dann würde das nur mittelfristig helfen. Bauen, bauen, bauen allein wird das Problem nicht lösen. Wir können gar nicht so schnell bauen, wie günstiger Wohnraum wegfällt. Deswegen braucht es jetzt wirkungsvolle Maßnahmen gegen Mietenwahnsinn, weil sich sonst die Verdrängungsspirale weiter beschleunigen wird und unsere Innenstädte endgültig zur Enklaven von Besserverdienenden und Reichen werden. Deswegen brauchen wir wirkungsvolle Sofortmaßnahmen. Wir haben gestern über ein Gesetz gegen spekulativen Leerstand und Zweckentfremdung diskutiert, so wie es unsere Fraktion seit Jahren fordert, wie es auch die Kolleginnen und Kollegen der SPD fordern. Aber mit diesem Gesetz werden wir nicht alle Probleme lösen, auch wenn es richtig und wichtiger ist. Wir brauchen viel entschlossenere Maßnahmen. Wie solche Maßnahmen aussehen können, darüber gibt es im Moment total spannende und überfällige Debatten. Das ist zum einen die Debatte um die Enteignung bzw. Vergesellschaftung von großen, renditedominierten Wohnungskonzernen wie Deutsche Wohnen und Bonovia, die wir als Fraktion sehr interessiert verfolgen, die wir auch ausdrücklich begrüßen. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Es zeigt doch, wie groß die Not von vielen Mieterinnen ist, wenn sie gegen die Renditestrategien börsennotierter Immobilienkonzerne quasi als letzte Notwehr auch die Enteignung und Vergesellschaftung dieser Konzerne fordern. Wenn die Wohnungskrise so weitergeht, dann wird es auch nicht lange dauern, bis diese Debatten Hessen erreicht. Für uns als LINKE ist klar, wir brauchen mehr öffentlichen Wohnraum. Die Vergesellschaftung großer Wohnkonzerne ist eine sinnvolle Maßnahme, um das Ziel einer sozialen Wohnraumversorgung zu erreichen. Neben der Enteignung und Vergesellschaftung wird ein weiteres Instrument in Berlin diskutiert, und das ist die Einführung eines sogenannten Mietendeckels. Ein Mietendeckel ist eine dringend notwendige Maßnahme, weil das, was der Bund hier vorgelegt hat, die sogenannte Mietpreisbremse, nichts anderes als ein zahnloser Tiger. Die Mietpreisbremse lässt Mieterhöhungen im Bestand zu, 15 % in drei Jahren. Es werden Ausnahmen für modernisierte und möblierte Wohnungen gemacht. Wer die Mietpreisbremse umgeht, der bleibt dabei auch noch straffrei. Deswegen hat sich die Mietpreisbremse als weitgehend wirkungslos erwiesen. Wir brauchen keine zahnlose Mietpreisbremse, sondern was wir brauchen, ist ein echter Mietendeckel, eine Verdrängungsbremse. Woher stammt die Idee, was ist damit gemeint? Sie geht zurück auf die juristische Einschätzung, wonach Bundesländer zusätzlich zu den bestehenden Gesetzen auf Bundesebene mittels eines öffentlichen Mietpreisrechts selbst aktiv werden können, um die Miethöhe zu regulieren. Dieser Impuls kam auch nicht von der LINKEN, sondern er kam aus Berlin von SPD-Politikerinnen rund um die Bundestagsabgeordnete Eva Högl und wurde zu einem Vorschlag des Berliner Mietendeckels ausgearbeitet. Nicht nur in Berlin, auch in anderen Bundesländern wird intensiv darüber diskutiert, wie man das Ganze politisch und juristisch realisieren kann. Dass es grundsätzlich möglich ist, Mieterhöhungen auf dem Weg des öffentlichen Rechts zu begrenzen, zeigt ein Blick in die Vergangenheit. Als Reaktion auf Wohnungsnot in der Zwischenkriegszeit und nach dem Zweiten Weltkrieg hat der Gesetzgeber Regelungen erlassen, die der Mietentwicklung nach oben ganz klare Grenzen setzen. Die waren zum Teil sogar bis in die 80er-Jahre hingültig und haben Mieterinnen wirksam vor Verdrängung geschützt. Das zeigt, der Mietendeckel ist ein sinnvoller und gangbarer Weg, ein Weg, auf den wir uns jetzt unbedingt begeben sollten. Was bedeutet der Mietendeckel ganz konkret? Die Idee ist, und jetzt bitte ich Sie genau zuzuhören, bevor Sie wieder sagen, nein, und uns Dinge vorwerfen, die wir so gar nicht gesagt haben, dass sich die Bundesländer selbstständig auf diesen Weg mittels des Landesrechts, die Mieten zu begrenzen, selbstständig auf diesen Weg zu begeben. Da sind verschiedene Modelle denkbar. Am geeignetsten erscheint es uns, so wie es auch im SPD-Papier formuliert ist, ein genereller Mietenstopp, also das Einfrieren der Mieten auf dem Niveau von einem Stichtag. Aber man kann es auch koppeln an die generelle Miethöhe, an das Medianeinkommen oder auch an die Orientierung der ortsüblichen Vergleichsmiete, was im Übrigen auch die Senkung überhöhter Mieten beinhalten könnte. So oder so wären alle Mieten, die über einem bestimmten Niveau liegen, unzulässig, müssten nicht gezahlt werden und würden mit Bußgeldern für die Vermieter bestraft werden. Ein solcher Mietendeckel braucht, damit er verfassungskonform ist, eine Reihe von Einschränkungen. Das will ich zugestehen. Da geht es um den Geltungsbereich, da geht es um eine zeitliche Befristung. Aber noch einmal, immer mehr Juristen kommen zu der Auffassung, dass ein Mietendeckel möglich ist, dass man ihn juristisch durchdeklinieren und dass man ihn dann auch politisch umsetzen kann. Jetzt mögen Sie sagen, das sei aber ein großer Eingriff in das Privateigentum der Vermieterinnen und Vermieter. Aber wie heißt es im Grundgesetz? Eigentum verpflichtet. Es soll zum Gleichen dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Es gibt kein Recht auf Rendite, sondern es gibt eine Verpflichtung für den sozialen Ausgleich zu sorgen. Die Mietenbremse ist das wirksame Mittel, um gegen die Mietpreisexplosion vorzugehen. Vielen Dank, Herr Kollege Schalauske. – Nächste Rednerin ist die Kollegin Elke Barth für die Fraktion der SPD. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Auch die SPD-Fraktion im Hessischen Landtag verfolgt die Debatte über den Mietendeckel in Berlin mit großer Spannung. Herr Schalauske, Sie haben es in Ihrer Begründung schon erwähnt. Erst von Peter Weber in der Juristenzeitung wurde dieser im Januar von der Berliner SPD aufgegriffen, die einen Mietendeckel für Berlin forderte. Eine juristische Prüfung des Berliner Mietendeckels wurde inzwischen vom dortigen Senat veranlasst. Die Idee habe ich aber das erste Mal schon vorher gelesen, nämlich in einem Papier von Torsten Schäfer-Gümbel und Andrea Nahles aus dem September 2018, Mietenwende jetzt, in dem die SPD auch einen temporären Mietenstopp vorsah für die Dauer von fünf Jahren bei Neuvermietungen und bei Bestandsmieten in Gebieten mit angespannten Wohnungsmärkten. Nur in Höhe der Inflation mit einer weiterhin möglichen Modernisierungsumlage sollten für einen begrenzten Zeitraum die Mieten erhöht werden dürfen. Inzwischen gibt es noch ein von der CDU beauftragtes Bundestagsgutachten, das sagt, es ginge nicht mit diesem Mietendeckel. Aber letzte Woche wiederum – Sie sehen, die Diskussion tobt – einen juristischen Aufsatz des Berliner Richters Mark Putzer, der es als möglich erachtet. Die Debatte dreht sich im Kern darum, ob es, obwohl der Bund die Mietrechtskompetenz hat, möglich ist, dass die Länder in eigener Regie Mieten deckeln können. Die Begründung liegt darin, dass das Wohnungsrecht seit der Föderalismusreform Länderkompetenz ist. Doch unabhängig von den Kompetenzen nun zum Inhalt. Wir sind zum einen aber auch nicht der Meinung wie DIE LINKE, dass die Mietpreisbremse, also das Bundesgesetz, ein zahnloser Tiger ist oder ungeeignet, erst recht übrigens, seitdem sie jetzt schärfer gestellt wurde. Es gibt jetzt mehr Transparenz über die Vormiete durch die Auskunftspflicht, wohlgemerkt, bevor der Mietvertrag unterschrieben ist. Auch dürfen nur noch 8 % anstelle bisher 11 % von entstandenen Modernisierungskosten auf die Mieter umgelegt werden. Die Ankündigung von Modernisierung mit dem Ziel, alte Mieter loszuwerden, wird künftig als Ordnungswidrigkeit mit bis zu 100.000 € Bußgeld geahndet. Allein diese Tatsache dürfte zu einem drastischen Zurückgehen dieses Delikts führen. Außerdem darf die Miete deutschlandweit nach einer Modernisierung innerhalb von sechs Jahren nur noch um höchstens 3 € pro Quadratmeter steigen. Das sind wichtige Änderungen, die damit auch die Mietpreisbremse schärfer machen. Aber auch wir sind der Meinung, dass in Gebieten mit überhitzten Märkten die ortsübliche Miete plus 10 % bei Neuvermietungen und 15 % bei Bestandsmieten derzeit zu hoch sind. Schließlich sind genau dort die Mieten jetzt schon auf einem sehr hohen Niveau. Sonst wären es nämlich keine Gebiete mit überhitzten Märkten. Insofern können auch wir uns für einen begrenzten Zeitraum von fünf Jahren einen Mietendeckel vorstellen, bis sich hoffentlich der Markt etwas beruhigt. Wenn es möglich ist, hier länderseitig in das Mietrecht einzugreifen, möchten wir diesen Weg gerne gehen. Wir hatten zwar fraktionsintern erst entschieden, erst einmal das in Arbeit befindliche Gutachten der Berliner Senatsverwaltung abzuwarten. Das soll ja auch bis zur Sommerpause kommen. Aber eine Anhörung zur Verfassung und kompetenzrechtlichen Zulässigkeit, auch über die verschiedenen Modelle, möchten wir uns auch nicht verschließen. Denn die Zeit drängt, und die Mieten steigen. Bis zum Sommer soll ja auch unsere hessische Mietpreisbremsenverordnung novelliert werden. Nach allem, was wir bisher wissen, scheint es ja jetzt schon bei dem Neuentwurf Probleme zu geben, auch im neuen Ministerium. Wohlgemerkt bereits die letzte Verordnung, noch aus dem Hinzministerium, wurde von den Gerichten aufgrund eines Formfehlers für ungültig erklärt. Wir können nur hoffen, dass die schon jetzt bekannt gewordenen Ungereimtheiten noch ausgeräumt werden. Leider ist Herr Staatsminister Al-Wazir ja nicht da. Aber ich frage mich schon, wieso die Kommunen, die künftig aus der Verordnung ausgenommen werden sollen, darüber nicht informiert wurden. Vielleicht kann aber Herr Staatssekretär Deutschendorf diese Frage beantworten. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und der Abg. Janine Wissler Wieso wurden denn in Frankfurt und in Wiesbaden, gerade in Frankfurt, derart kleinteilig gearbeitet? Das ist doch absurd. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und der Abg. Janine Wissler Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und der Abg. Janine Wissler Sechs Stadtteile anstelle bisher vier sollen künftig aus der Verordnung ausgenommen werden, obwohl doch in der ganzen Stadt die Miete steigen und damit auch unweigerlich die vertriebenen Mieter in weniger attraktive Gebiete ausweiten müssen. Ich hoffe doch sehr, dass man noch der Argumentation des Frankfurter Stadtplanungsdezernenten Mike Joseph, der die Mietpreisbremse für ganz Frankfurt fordert, also eine derartige Stellungnahme abgegeben hat, ebenso übrigens wie sein Wiesbadener Kollege Sozialdezernent Christoph Manjura folgt. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und der Abg. Janine Wissler Sie können sich ja gerne melden, Herr Frömmrich, aber jetzt bin ich dran. Es sollte außerdem anerkannt werden, dass die Ausweitung der Mietpreisbremse kein Lob verdient. Dass die Mietpreisbremse nämlich von 16 auf 28 Kommunen ausgeweitet werden muss, bedeutet lediglich, dass es immer mehr Gebiete in Hessen gibt, in denen bezahlbarer Wohnraum knapp wird. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und der Abg. Janine Wissler Die bisherigen Maßnahmen der Landesregierung also nicht gewirkt haben, auch wenn Sie von der Koalition, meine Damen und Herren, natürlich unablässig die Landesregierung loben, für fünf Jahre nichts tun im Bereich Wohnungspolitik. Es hat ja auch einen Grund, weshalb der Wohnungsbau aus dem Umweltministerium, wo er die letzten fünf Jahre herumdümpelte, herausgenommen wurde. Nun soll der nächste Minister es richten, aber bei allem Respekt, ein glanzvoller Staat sieht anders aus. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Die Wohnungsnot, meine Damen und Herren, hat viele Ursachen. Es gibt auch keinen Königsweg, sondern einen ganzen Mix an Instrumenten, um sie zu bekämpfen. Ich sage es noch einmal, was ich auch gestern gesagt habe. Natürlich ist Bauen, 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 also der Neubau von Wohnungen das wichtigste Instrument. Aber auch jetzt eine Wiederholung von gestern. Allein der Neubau wird es nicht richten. Langfristig muss es unser Ziel sein, dass kein Mensch mehr mehr als ein Drittel seines Einkommens für die Miete ausgeben muss. Lassen Sie es uns daher kräftig angehen und an die FDP. Das wird sicherlich auch gleich kommen. Haben Sie keine Angst, das Scheuere der Immobilienunternehmer. Er wird nicht verscheucht werden. Glauben Sie uns, die Renditen auf dem Immobilienmarkt sind derzeit so gut, wo man mit anderen Anmöglichkeiten und erst recht bei den Banken sonst kaum noch Renditen in dieser Höhe erwirtschaftet, sodass es auch weiterhin auf diesem Markt weitergehen wird. Aber wo der Markt versagt, und das tut er auf dem Wohnungsmarkt, und die Menschen aus den Städten verdrängt werden, weil sie sich ihre Wohnungen nicht mehr leisten können, muss Staat handeln. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Barth. – Als nächste Rednerin hat sich die Kollegin Förster-Heldmann für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir hatten das Thema gestern schon. Es macht deutlich, dass sich nicht nur einige Menschen um dieses Thema kümmern und sich Gedanken machen. Es macht deutlich, dass sich ganz viele darüber den Kopf zerbrechen. Ich will gleich in eine Wiederholung einsteigen, weil ich es nicht in Ordnung finde, einfach so zu tun, als wäre in den letzten Jahren nichts passiert. Deswegen hören Sie es sich jetzt bitte noch einmal an. Der Masterplan Wohnen, die Allianz für Wohnen, die erstmals die unterschiedlichen Player zusammengebracht hat. Die Baulandoffensive zur Erschließung neuer Wohngebiete, die Umstellung von Zinsvergünstigungen auf Darlehen, der Übergang zur Konzeptvergabe, Vereinfachung der hessischen Bauordnung mit der Regelung zur Umwandlung von Büroflächen in Wohnflächen, die enge Zusammenarbeit von Land und Kommunen, die Wiedereinführung der Fehlbelegungsabgabe, die Schärfung der Mietpreisbremse durch mehr Transparenz unter anderem, die Förderung von genossenschaftlichem Bauen, die Ausweitung der Kündigungssperrfrist auf acht Jahre, was jetzt kommt, der Genehmigungsvorbehalt der Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentum, die Streichung des Vorrangs der Eigenheimsförderung und schließlich 2,2 Milliarden € für 66.000 Wohnungen. Und natürlich, ganz wichtig, die Kapitalerhöhung der Nassauischen Heimstätte, die letztendlich die Mietpreisbegrenzung ermöglicht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Füllung der Fülle der Maßnahmen sprechen doch eine eigene Sprache. Mit der Verordnung zur generellen Mietpreisdeckelung wird ein Punkt in der Mietenproblematik herausgegriffen und mit einer drastischen Maßnahme versucht zu lösen, wobei die rechtliche Frage noch nicht geklärt ist. Lassen Sie mich versichern, es gibt nicht nur einen Versuch eines Gutachtens in Berlin. Ich habe allein von fünf Gutachten gehört. Die sind alle durchaus unterschiedlicher Meinung. Wir können also gespannt sein. Außerdem ist dadurch noch keine neue Wohnung gebaut und entstanden. Der Engpass bleibt also. Ich halte das für den falschen Weg, weil alles mit allem zusammenhängt. Die feinen Zusammenhänge haben wir in der Vergangenheit durchaus explizit besprochen. Diese Tatsache der Zusammenhänge können wir nicht einfach über Bord werfen. Sie müssen unbedingt in dem Zusammenspiel der Player berücksichtigen. Die Wiedereinführung der soziale Stadt mit der Ausweitung der Förderrichtlinien sind genauso wichtig wie die Dorferneuerung und Stärkung des ländlichen Raums. Dabei sind wir beim Zusammenhang, ganz Hessen in einem zu sehen. Da gehören die Mittelzentren dazu. Auch das war eben schon Thema. Es gehören der ländliche Raum und die Ballungszentren gleichermaßen dazu. Natürlich spielt auch die verkehrliche Anbindung eine Rolle. Alle dürfen wir bei Neubau bei Lückenfüllungen nie vergessen. Das ist ganz wichtig, weil Neubaupläne nur angenommen werden, wenn sie auch eine verkehrliche Anbindung haben. So sind wir nicht der Auffassung, dass es richtig ist, mit dem Holzhammer in den Wohnungsmarkt einzugreifen. Drastische Maßnahmen sind in ihrer Auswirkung schwer abzuschätzen. Da komme ich auch zum wiederholten Male auf das Beispiel Berlin. Diese drastischen Maßnahmen haben auch Schäden, die man unerwartet feststellen kann, zum Beispiel von Verkauf zur Eigenenteignung. Das ist das Thema, worüber wir schon die ganze Zeit gesprochen haben. Das Ganze in ungefähr 10 bis 15 Jahren. Das heißt, ein paar Millionen € rein in die Stadtkasse und jetzt ein paar Milliarden € raus aus der Stadtkasse. Das ist mehr, was eine Stadt, egal wie groß sie ist, vertragen kann, sehr verehrte Damen und Herren. Gerade in schwierigen Zeiten ist es wichtig, besonnen zu handeln und nicht den Versuchungen von kurzfristigen Maßen zu erliegen. Mit den besonnenen Handlungen bewegen wir auch die Mitstreiter dazu weiterhin am gemeinsamen Ziel der Wohnungsschaffung für mittlere und geringe Einkommen weiter zu bearbeiten. Wenn ich etwas verändern will, wenn ich etwas bewegen will, dann kann ich mich nicht einfach herausziehen und per Verordnung etwas versuchen zu lösen, sondern ich muss drinnen bleiben und muss mit allen Beteiligten weiter an dem Thema arbeiten. Das entspricht der Arbeit in dieser Landesregierung. Das machen wir als Partner von Wohnungsbauunternehmen, Investoren, als Berater, Unterstützer für neue Wohnformen und genossenschaftliches Wohnen. Dazu gibt es übrigens in Brandenburg interessante Ideen und Umsetzungen, gerade dort im ländlichen Raum, wo es auch darum geht, wie ich neue Wohnformen in alte ländliche Strukturen implizieren und trotzdem eine verkehrliche Anbindung gewährleisten und das alles zu einem guten neuen Ideenpool zu bringen. Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten der SPD und der LINKEN sowie bei Abgeordneten der LINKEN der LINKEN sowie bei Abgeordneten der LINKEN sowie bei Abgeordneten der Man muss einfach feststellen, dass man darauf angewiesen ist. Ich glaube, dass der richtige Weg dazu ist, miteinander zu arbeiten und nicht gegeneinander zu arbeiten. Das ist auch das Kernthema, das wir in der Wohnungspolitik sehen. Beifall bei der LINKEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der LINKEN und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die Kommunen und die Gemeinden in der gemeinsamen Aufgabe des Wohnungsbaus haben, sind diejenigen, die die Wohnung im Bestand halten. Gerade diese Wohnungsunternehmen, die die Wohnung im Bestand halten, brauchen auch einen Handlungsspielraum. Deswegen ist es ganz wichtig, nicht eine gleichgeschaltete Deckelung zu machen, sondern genau hinzuschauen, wie wir diesen Wohnungsmarkt regulieren können. Mit allen Beteiligten gemeinsam an sehr dringlichen Aufgaben zu arbeiten, ist das Gegenteil von Destruktion, Holzhammer-Methode und festgelegten Jahresplänen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Während wir hier lange reden, arbeiten draußen eine ganze Menge Menschen daran, dass es auf dem Wohnungsmarkt besser wird. – Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Förster-Heldmann. – Nächster Redner ist der Abg. Jürgen Lenders für die Fraktion der Freien Demokraten. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich befürchte, dass wir den heutigen Tag mit einem Wettstreit erleben, zwischen LINKEN und SPD, mit höher, schneller, weiter. Was die Regulierungen für den Wohnungsmarkt anbelangt, ich glaube, der Rest des Hauses kann dem interessiert zuschauen. Nur mit noch ein bisschen Sachverstand und vernünftigen Sachargumenten hat das alles nichts mehr zu tun, was wir hier gerade heute erlebt haben. Wenn wir alle Instrumente – Frau Barth hat es gestern gesagt, dass das Zweckentfremdungsgesetz das letzte Mittel, das noch fehlt, damit wir endlich die Probleme gelöst bekommen –, dann haben wir heute erfahren, man kann da auch immer noch einen draufsetzen. Nach Mietpreisbremse und Verschärfung von Mietpreisbremse soll es nun der Mietdeckel sein. Herr Schalauske, ich habe es verstanden, dass Sie ganz klar dazu stehen, dass Sie sagen, der Wohnungsmarkt ist für Sie kein Markt, und dass man sich dafür nicht zu fein sein darf, auch zu enteignen. Frau Förster-Heldmann hat Ihnen schon einmal etwas zum Grundsatz des Eigentums zugesagt. Wir haben mittlerweile verstanden, dass DIE LINKE hier im Haus ganz klar für die Enteignung eintritt. Das muss auch jeder wissen und muss auch jeder gehört haben. Das kann auch jeder so weiter kommunizieren. Das ist ja einmal eine klare Aussage. Das ist übrigens auch ein Verabschieden von der sozialen Marktwirtschaft in Gänze. Meine Damen und Herren, Herr Schalauske, ich habe Ihnen gestern und heute gerne zugehört und mir auch Gedanken darüber gemacht, als Sie mich gefragt haben, ist das denn auch nicht eine Enteignung, wenn die Mieten zu hoch sind. Es ist eine wirklich wichtige Frage, das gebe ich gerne zu, weil über die Frage, was denn bezahlbar ist, das immer nur im Raum steht, und Frau Barth hat gerade einmal eine Zahl genannt, ein Drittel. Ich kann Ihnen sagen, für mich wäre es richtig, wenn es ungefähr 25 bis 30 % des verfügbaren Einkommens für das Wohnen ausgegeben wird sind. Das würde ich sogar geringer ansetzen als das, was Frau Barth. Aber ich glaube, wir müssen diese Zahl auch einmal benennen. Wenn wir das einmal so machen, wird man auch feststellen, dass eine Miete in Frankfurt etwas anderes ist als bei mir daheim in Fulda oder in der Rhön. Es muss da stark Ausdifferenzierungen geben, wie hoch ist denn der Anteil des Einkommens, den ich dafür ausgebe. Ich will Ihnen klar sagen, Ihre Frage, ist das nicht auch ein Stück weit Enteignung, hat etwas damit zu tun, dass ich sage, der Rest des Einkommens muss mir ja für mein Leben, für das, was ich einen freien Gestaltungsspielraum habe, zur Verfügung stellen. Das heißt, es darf nicht zu viel gebunden sein, weil sonst geht mir Freiheit verloren. Damit ist günstiger Wohnraum auch ein Freiheitsthema, meine Damen und Herren. Deswegen nehmen Sie uns auch gerne einmal ab, dass wir uns sehr gerne stark machen, auch dafür, dass Mieten sinken. Meine Damen und Herren, der Mietdeckel, bevor CDU und GRÜNE klarmachen, dass das alles Teufelswerk ist, will ich Ihnen nur einmal einen kleinen Hinweis geben. Sie haben bereits einen Mietdeckel in Hessen eingeführt. Sie haben nämlich bei der Nassauischen Heimstätte Wohnstadt eine Deckelung auf 1 % eingeführt. Das ist nichts anderes als ein Mietdeckel. Herr Schalauske hat schon verschiedene Konzepte beschrieben. Ich kann Ihnen sagen, genau das wird auch dieser Wohnungsbaugenossenschaft irgendwann einmal Probleme bereiten. Frau Förster-Heldmann, vielen Dank dafür. Ein Unternehmen braucht auch die Möglichkeit, zu investieren. Das ist richtig dargestellt worden. Es war jetzt nicht ganz so klar und deutlich, in Ihrer Rede herauszuholen. Aber die Investitionsfähigkeit eines Unternehmens, speziell eines Wohnungsbauunternehmens, bringt das Unternehmen auch dazu, weiterhin in Sanierungsmaßnahmen zu investieren, damit die Nebenkosten nicht weglaufen, damit der Wert erhalten bleibt, damit die Immobilien wertvoll bleiben und auch damit wertvoll für die Mieterinnen und Mieter. Sonst haben wir nämlich diejenigen, die sich hohe Nebenkosten überhaupt nicht leisten können, in Wohnungsbaugenossenschaften, in Wohnungen, die dem Zeitgeist oder dem Zeitwert überhaupt nicht mehr entsprechen. Beifall bei der LINKEN und der LINKEN sowie der Abg. Jürgen Frömmrich Und diesen Investitionsstau ist Schwarz-Grün bei der Nassauischen Heimstätte fleißig am produzieren. Sie nehmen dem Unternehmen quasi den Deckel und die Möglichkeit, die Mieten so anzupassen. Das muss man wirklich einmal sagen. Die Wohnungsbaugenossenschaften haben wirklich eine ganz andere Erwartung an die Rendite. Das sind alles andere als neokapitalistische Heuschrecken, meine Damen und Herren. Das sind wirklich Unternehmen, die auch ein Bewusstsein für ihre Mieterinnen und Mieter haben. Genau dem nehmen Sie die Investitionsfähigkeit. Herr Schalauske, mit Ihrer Idee, das breiten Sie dann nicht nur auf ein Unternehmen aus, das machen Sie dann in Gänze. Ich kann Ihnen sagen, was der Erfolg bereits jetzt in Berlin allein über die Diskussion ist. Die Unternehmen ziehen sich aus der Investition in Berlin zurück. Bereits jetzt ist die Kreditwürdigkeit Berlins aufgrund dieser Diskussion herabgestuft worden. Jetzt kann man von diesen Ratingagenturen halten, was man will. Aber sie sind immer ein Frühwarnsignal dafür, wenn die Wirtschaftspolitik in die falsche Richtung läuft. Das wäre die Stelle gewesen, wo Ihr hättet klatschen können. Meine Damen und Herren, Frau Förster-Heldmann hat gesagt, na ja, regieren hilft da halt nicht. Ich frage mich natürlich dann, was denn da hilft. Doch, das haben Sie so gesagt. Der Satz ist auch einfach zu schön. Regieren hilft da halt nicht. Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD der LINKEN und der Abg. Dr. Mojtrasse und der Abg. Dr. René Rock und Dr. Trojel-Württemberg Das ist auch keine Lösung. Das ist auch keine Lösung. Ich frage mich auch irgendwie, was denn jetzt ist. Was wollen wir denn jetzt? Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will es kurz machen, weil Sie auch abgezielt auf die Förderprogramme haben. Was halten Sie denn davon, wenn wir uns gemeinschaftlich einmal wieder auf den Weg machen, ein Programm Einfache Stadterneuerung, das hat es in Hessen nämlich einmal gegeben, was mir genau unter den Schwerpunkt setzen kann, wie wir künftig mit neuen Ideen günstiger und schneller Wohnraum entstehen lassen können. Das war das einzige echte Landesprogramm, das es gegeben hat, das damals einfach eingestellt worden ist, als es ausgelaufen wurde. Es ist nicht wieder erneuert worden. Das wäre echte Landespolitik, Frau Kollegin Förster-Heldmann. Das andere ist, da waren die GRÜNEN auch einmal für die Idee einer internationalen Bauausstellung zu begeistern. Warum gehen wir da gemeinschaftlich nicht noch einmal das Projekt an, internationale Bauausstellung mit einem Schwerpunkt, wie schneller günstigere Wohnungen im Rhein-Main-Gebiet entstehen können, die trotzdem so attraktiv sein können, dass sie all diesen Vorurteilen von wegen Plattenbau und so eine Abfuhr erteilen. Das wäre einmal ein gemeinsames Projekt für das ganze Haus. – Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Lenders. – Nächster Redner ist der Kollege Kasseckhardt für die Fraktion der CDU. Herr Kasseckhardt, Sie haben das Wort, Herr Kasseckhardt, für ganze zehn Minuten. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Eines muss man Ihnen lassen, den Kollegen der LINKEN-Partei. Sie bleiben Ihrer Linie treu. – Das zeichnet Sie aus. Sie haben ein Problem mit der Wohnungsnot erkannt. Das Einzige, was Ihnen dazu einfällt, sind regulatorische Maßnahmen, Mietendeckel, Zweckentfremdungsabgabe, all diese Begriffe, die wir in den letzten Wochen diskutiert haben. – Herr Schalauske, Sie haben es heute noch einmal deutlich gemacht – vorstellbar für Sie auch die Enteignung. Das ist das Einzige, was Ihnen dazu einfällt. Wenn man mal sieht, wo Sie und Ihre Politik Verantwortung getragen haben, wenn man auch einmal etwas weiter zurückgeht, dann muss man sich einmal vor Augen führen. Wir haben eigentlich Wohnungen in der ehemaligen DDR ausgesehen. Was war das für eine Art von Wohnen in der ehemaligen DDR? Ich habe kurz nach der Wende Gelegenheit gehabt, dort zwei Jahre zu arbeiten. Ich kann wirklich aus eigener Erfahrung berichten, dass das Land nicht nur mit seiner Wirtschaft, sondern auch mit seiner Infrastruktur und seinen Wohnungen am Boden war. Das ist das Ende der Politik, die Sie vorgestellt haben. Aber ich will gar nicht zu weit zurückgehen. Ich will auch Beispiele nennen, wo wir im sozialen Wohnungsbau, auch über staatliche Wohnungsbaugesellschaften aus meinem Wahlkreis, in Hanau beispielsweise, im Umkreis der französischen Allee – Gott sei Dank haben wir dort jetzt mit den Nassauischen Heimstätten neue Impulse gesetzt – aber auch da hat staatliches Wohnen dazu geführt, dass wir jahrelang nichts investiert haben, weil die Verantwortung für Wohnen auch darin besteht, dass man Geld zum Investieren in die Hand nimmt. Dieses Geld, das man investieren will, muss man vorher verdient haben, wenn man es nicht unbedingt vom Staat zur Verfügung gestellt bekommt, was in den seltensten Fällen der Fall ist. All diese restriktiven Maßnahmen, die Sie hier angesprochen haben, die ich als investorenfeindliche Maßnahmen bezeichnen möchte, haben nur einen Fehler, denn Sie schaffen keine einzige neue Wohnung. Mit dem Nietendeckel, den Sie hier ansprechen, schaffen Sie keine einzige neue Wohnung, weder im Ballungsraum noch sonst irgendwo hier im Land. Das haben wir gestern schon diskutiert. Das ist genau unser Bedarf. Wir brauchen neue Wohnungen. Dazu kann es nur möglich sein oder nur kommen, wenn wir bauen, bauen, bauen. Auch da will ich darauf eingehen, Herr Schalaus. Wir brauchen einen preiswerten Wohnungsbau. Wir brauchen natürlich einen Mix. Aber wir müssen uns vielleicht auch von der Vorstellung – Frau Barth hatte die Zahl genannt – ein Drittel des Einkommens für Wohnen sollte generell maximal das sein, was jemand aufwenden muss. Aber ich glaube, wenn man einmal das Land Hessen sieht, wir können nicht grundsätzlich sagen, ein Drittel des Einkommens, weil im Ballungsraum eine ganz andere Situation herrscht wie im ländlichen Raum. Das Wohnen im ländlichen Raum ist deutlich günstiger als das, was im Ballungsraum – auch das durch die Entstehungskosten im Baubereich natürlich am Ende erfordert wird. Die Folge von zu geringer Bautätigkeit – das ist der Grund, warum wir heute Wohnraummangel haben – aber auch in den Ballungsräumen ein starkes Binnenwachstum. Das sind einerseits junge Leute. Das kann uns stolz machen, dass junge Leute zurückkehren, auch in die Ballungsräume. Das sind Bildungsangebote, die wir dort zur Verfügung stellen, die hoch geschätzt sind. Das ist aber am Ende natürlich auch Infrastruktur. Es sind auch ältere Menschen, die zurückkehren in die Städte, weil sie dort eine ärztliche Versorgung vorfinden, weil sie dort Nachversorgung haben, weil sie dort Mobilität in Anspruch nehmen können. Das stellt Ballungsräume natürlich vor eine besondere Herausforderung. Die Frage, was ist eine bezahlbare, eine leistbare Miete, definiert sich in etwa so bei ca. 5 € pro Quadratmeter. Für 5 € pro Quadratmeter können Sie in einem Ballungsraum nicht bauen. Sie brauchen, wenn Sie privat investieren, zur Deckung der Aufwendungen und einer angemessenen Kapitalverzinsung einen Betrag, der deutlich über diesen 5 € liegt. Damit wird klar, dass ein Mietendeckel jeden, der bereit ist zu investieren, abschrecken muss und auf keinen Fall in einem solchen Ballungsraum, wie wir den zeitlich oder auch räumlich befristen wollen, in einem solchen Ballungsraum zu investieren. Insofern glauben wir – ich will zum Ende kommen –, dass es nicht nur rechtlich problematisch ist, auch das hier wurde angesprochen. Ich glaube, dass diese Form von Politik zur Zurückhaltung bei Investoren führt. Sie wird keine einzige neue Wohnung generieren. Sie ist völlig ungeeignet. Sie ist die Vorstufe zur Enteignung, wie Sie es auch selbst schon gesagt haben. Wir werden deshalb den Weg weitergehen, wie wir ihn eingeschlagen haben. Wir werden mit der Eigenkapitalstärkung in den staatlichen Wohnungsbaugesellschaften der NH den Grundstein gelegt haben, um wieder Wohnungen zu bauen. Wir haben mit den 2,2 Milliarden € Spielraum für etwa 22.000 Wohnungen in den nächsten Jahren. Wir wollen Förderprogramme auch für die Eigenheimförderung schaffen. All diese Maßnahmen werden dazu führen, dass sich die ganze Situation entlastet, dass der Druck auf den Wohnungsmarkt zurückgeht und damit auch die Mieten auf Dauer wieder sinken können. Wobei das Thema bezahlbare Wohnungen für mittlere und geringere Einkommen, das ist die Aufgabe – das will ich deutlich sagen – von staatlichen Wohnungsbaugesellschaften. Das sehen wir als unsere Verantwortung. Aber dafür haben wir mit der NH den richtigen Partner. – Vielen Dank. Applaus